Herzlich Willkommen beim Adventskalender Gewinnspiel. Heute sind wir bei Törchen 19. Was es heute zu gewinnen gibt, ist einmal das Liquid Elements Pair Rain Auto Shampoo, Wassermelone in 100ml, dazu das Silverbeck XL Trockentuch. Ihr müsst mir nur beantworten, was heißt GSM? Schreibt das bitte in die Kommentare und ich wünsche euch viel Glück dabei. Bis zum nächsten Mal.